Hallo Freunde der Spielkultur. Mein Gott, schrecklich. Ja, ich grüße euch. Wir können Shadow Gamble's A Cursed Crew spielen in der Release-Fassung. Und wenn ich den Release gerade im Kopf hätte, könnte ich auch sagen, wann es rauskommt. Ich überspiele, dass ich gucke, wann der richtige Release ist. Sieht gut aus. Der Morgan, der 17. Das lasse ich jetzt alles drin, um euch zu ärgern. So, Ladies and Gentlemen, ihr kennt es wahrscheinlich. Mimimi Games hat ein neues Stealth-Game rausgebracht. Bzw. bringt es dann morgens raus. Shadow Gamble's A Cursed Crew. Wir haben davon schon mal eine Preview-Version gezeigt von einigen Missionen, die dazwischen waren. Jetzt die Vollversion. Und sie wird wahrscheinlich genauso gut sein, wie alles vorher. Vor allem mir gefällt das Setting sehr gut mit dem surrealen, untoten Crew, die so ein bisschen an Monkey Island Feeling erinnert, mit den unterschiedlichen Inseln, die man betritt und dann dort diese Aufträge erfüllt. Also wieder komplette Mimimi, äh, wie soll ich sagen, Mimimi, die Premium-Superleistung und bzw. Hauptkönnen von diesem Entwickler in Deutschland. Und es ist jetzt immer sehr erfolgreich mit den Spielen. Natürlich soll dieses Spiel, was sie jetzt selbst vertreiben zum ersten Mal, also ohne großen Publisher oder sonst jemand dahinter, genauso erfolgreich sein wie alle Spiele davor. So, wir machen ein neues Spiel, ähm, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, Entdecker, Verflucht, Verlegende und Pirat. Wir werden Legende spielen, weil Verflucht wird nicht mal empfohlen, wenn du, äh, das erfahren und können hast. Dementsprechend bin ich da freigestellt. Kannst hier sehen, Spielergesundheit, Spielermunition, Erkennungsgeschwindigkeit, wie hoch die gestellt ist und die Feinstärke gibt es zwei Stufen. Anzahl der Erinnerungen und begrenzt. Und ab geht die Post. Wir wählen die Sprache Deutsch. Bester Opener ever. Didi, 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 be my pirate. Ich hatte zu wenig Schlaf, ich hoffe, das merkt man nicht. Dü, 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 dü. Ah, das ist also Anglas Ruh, charmantes kleines Rattenloch. Suchen wir nach der Bar und werden wir handelseinig, bevor die Inquisition auftaucht. Dü, 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 dü. Vor allem diesmal mal ein ganz nettes Tutorial, weil man mit einer Figur anfängt. Obwohl, wenn ich jetzt gerade überlege, damals im Gut, dass sie nichts gegen Verfluchte haben. Im Samurai-Spiel von denen, da hast du ja auch erstmal mit einem einzelnen was unterwegs. Linke Maus hast du halt. Dann gibt es wieder diese kleinen Info-Zettelchen, weil man kennt ja inzwischen das Konstrukt, wie die Spiele aufgebaut sind. Dann informiert er mich über meinen Missions-Log, den ich unter B anklicken kann, kann sehen, jemand wartet an der Bar auf dich. Zeit für eine Übereinkunft. Die Dialoge kannst du einsehen. Abzeichen, die du für diese Mission bekommen hast, werden hier angezeigt. Und es wird auch wieder so sein, dass du manche Missionen wahrscheinlich nicht sofort mit allen Abzeichen bekommen wirst, weil manche sind halt dafür gedacht, dass du wirklich dir irgendwann die Mühe machst, das nochmal zu spielen, um dann diese Abzeichen zu bekommen. Beziehungsweise diese einzelnen Missionsabschnitte nochmal spielst. Es sind ja schon ganz viele Sachen zum Interagieren. Mit Altheiten können wir die Kamera drehen. So, reden. Wie immer alles sehr hübsch. Du bist nicht gerade leicht zu finden, du Narr. Naturalmente. So finden mich nur die Interessanten. Nun, was kann ich für dich tun, Signora Manicato? Es geht das Wort, du kannst Sachen arrangieren. Es gibt da so ein Geisterschiff, das ich gerne einholen würde. Die Red Marley. Ich weiß alles über deine... welche Geschichte dich mit diesem Schiff verbindet. Dann weißt du ja auch, warum ich an Bord sein will. Signora, die Aussicht zu sehen, wie eure Schicksale miteinander kollidieren, ist der ganze Grund für unsere Zusammenkunft. Ich kann dich zur Marley bringen, doch lass dir gesagt sein, dass sie schon bessere Zeiten gesehen hat. Zurzeit sitzt sie in der Falle einer gewissen... Inquisitorin. Also hat sie Ignacia. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Immer noch wild entschlossen, wie ich sehe. Excellente. Dann also, Hand drauf? Noch eine Frage. Was ist dein Preis? Oh, nur keine Sorge, Signora. Ich wünsche mir nur gute Unterhaltung. Nun, sollen wir dann... ... ... ... Ach, wir sollen. Verzeihung, doch wie du sicher weißt, ist der Tod hier nicht das Ende. So, einer erledigt? Warten vielleicht noch hundert. Ich sollte mal lieber die Mali finden, bevor Gnasia sie in Flammen aufgehen lässt. Den Sternen nach ist diese Insel nicht weit entfernt von Anglas Ruh. So, schöne Übersichtskarte. Mal überlegen, mit M kannst du rein und raus zoomen. Direkt. Da unten haben wir den kleinen, wir kennen das ja noch, die Karte aus der Preview-Version, die wir damals gespielt haben. Vor allem ist das Design halt wieder sehr on point. Man sieht zwar auch, natürlich, es sind jetzt nicht so viele Polygone, aber es ist halt stimmig. Ich finde halt, diese Stimmigkeit ist immer wichtiger, als irgendwie zu sagen, okay, es hat jetzt die geilste Grafik der Welt. Mit X können wir übrigens auch das Tempo ein bisschen beschleunigen, weil wir ja manchmal Laufwege von Gegner uns angucken. Und damit du nicht so lange warten musst, dass der wieder in alter Position ist, kannst du halt beschleunigen. So, A4 kann mit einem Dolch angreifen. Drücke A und den Gemaus hast du, um Nahkampf-Kill auszuwählen. Noch ein Akolyt. Den erledige ich besser leise. Plup. Spuren im Sand. Man kann natürlich alle hochheben und verstecken wieder in Hecken. Oder halt auch in Hintertüren, etc. Etc, etc. Du kannst Körper verstecken. Das, was wir gerade gemacht haben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ei. Jetzt wird wahrscheinlich das kommen, dass wir die Sichtlinie anschauen sollen. Mit Leertast kann man die Haltung verändern, also ob man jetzt normal geht oder geduckt. Weil stehend werden wir ja in diesem weißen, also in diesem voll ausgemalten grünen Bereich entdeckt. Und in dem gestrichelten Bereich werden wir nicht entdeckt, wenn wir gehockt sind, also gerade am Schleichen sind. Aber wir bewegen uns natürlich langsamer, wenn wir schleichen. Arrrr. Und noch einer. Stet sein Vergnügen, der Inquisition zu begegnen. Der Tod ist nicht das Ende, oder? Mir gefallen diese Aussichten. Normalerweise müsst ihr ihn sofort packen. Doppelkick lässt natürlich jeden Rennen. Später haben wir natürlich wieder eine ganze Crew. Nachts haben Sichtkicker einen dunklen und gestreiften Bereich. Das haben wir gerade erklärt. Meidenfeuerlampe. Kann man nicht löschen. Am besten unten und in den Schatten bleiben. Sieh an, sieh an. Da können wir hochklettern, runterhüpfen. Das macht, übrigens, kann das auch Geräusche erzeugen. Klingel in der Fensternis. Kein Rücken hier. Holen wir uns den. Irgendwie finde ich auch diesmal, das habe ich auch schon in der Beta angemerkt, dass die Steuerung besser von der Hand geht. Ich weiß nicht, was wir verändert haben. Dafür ist natürlich jetzt der Sparadus-Teil und der, ich vergesse immer den Namen, vom Teil mit dem asiatischen Setting von Mimimi Games. Ist das schon zu lange her, dass ich das gespielt hatte. Auch wenn ich noch vom, vom asiatischen, die, ähm, das Standalone-DLC gespielt hatte. So, neuer Skill. Das Blinzeln, was sie kann. Kann sie auf Distanz ein, ausschalten und kann direkt da hoch. Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Heb an. Noch nichts von der Red Marley zu sehen. Wehe, wenn das hier alles ein Schwindel ist. Verstecken wir auch direkt. Mir gefallen diese Aussichten. Hat er was? Nee. Es hat gespeichert. So sieht es nämlich aus, wenn gespeichert wird. Sieht stark aus. Sollte ich lieber nicht am Leben lassen. Ich bin bald dort. So, jetzt kommt eine Situation, die kann man leider nicht sofort lösen. Weil man muss erstmal lernen, dass dieser Gegner zu stark ist für uns. Was haben wir denn da? Ich habe deinen fräfelhaften Vorsatz gespürt, Verfluchte. Nun brenne im Feuer der Maid. Das solltest du nochmal versuchen. Ich bin wieder ganz. Ich habe eine Erinnerung entfesselt. Ich habe dir eine neue Chance gewährt. Welch toller Zauber ist das? Bist du... Ich brauche deine Hilfe. Du musst vorbei am Prognostiker. Greife ihn nicht direkt an. Sieh an, sieh an. Gut, ich folge dir. Was den Prognostiker angeht. Versuchen wir es mit einem anderen Ansatz. Ja, jetzt steht die Wache vorne und jetzt kommen wir halt mit unserem Blinzeln direkt da hoch. Wird erledigt. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, Selbsterinnerungen zu speichern. Das geht dann die Statistik mit ein. Wie oft wir gespeichert haben und so weiter während unseres Durchlaufs. So, mit H. können wir Sachen hervorheben. Dann können wir genau sehen, wo wir uns verstecken können zum Beispiel. Wo, also alles, womit wir interagieren können und Feinde werden hervorgehoben. Wenn wir eine bessere Übersicht bekommen. Wobei ich finde halt auch sehr gut die Gesamtübersichtskarte, in die man jetzt kommt. Und wo man halt alle Feinde schon mal sehen kann. Arbeitsunfall. Wie auch immer man das der Versicherung erklärt. Richtig, sie hat nämlich auch die Möglichkeit, die Zeit zu stoppen für eine Wache. Dann können wir nämlich da vorbeischleichen, ohne dass sie die Chance hatte, uns zu sehen. Und jetzt bitte weiter vorwärts. Ich bin bald dort. Gehen wir woanders hin? Nimm das für leitspanische Inquisition. Ich höre, hat Inquisitorin Ignacia ein bestimmtes Piratenschiff dort in der Hand. Ignacia. Allerdings. Es ist sogar so, dass sie... Was ist los? Unwichtig. Du musst raus auf die Ruine. Komm zu mir. Hallo? Bist du noch da? Sieh an, sieh an. Du sollst mal schnell sein. Kein Rückstier, was? Hebe an! Haben wir bis zu gesehen, dass auch alles hervorgehoben wird, weil ich eine Leiche gerade in der Hand habe. Sieh an, sieh an. Meine Sehne ist entfüßt. Jetzt wird das was. Es gibt doch wieder die wundervoll nervige Erinnerung, dass man speichern sollte, die ja nicht verkehrt ist. Aber man kann sie auch ausschalten. Aber normalerweise ist es so, dass du dich alle zwei Minuten daran erinnert, mit einer Glocke, dass du speichern sollst. Ich schalte mal alle aus. Wobei ich gerade sehe, das war nicht die beste Idee. Ich habe nämlich einen Hit kassiert. Aber es geht dreimal. So, hopf hoch mit dir. Ach, da ist sie ja. Die Red Marley. Das Schiff von Schwarz-Argo-Mordecai. Und da ist Ignatia, wie auf Kommando. Meine Kustoden sind bereit, Schiff. Eine Welt voller Schmerz erwartet dich. Nun sag mir, wie lautet die Lösung von Mordecais Rätsel? Ach, Ignatia. Selbst im Tode ist der Käpt'n noch schlauer als du. Ach ja? Warum habe ich dann diese Botschaft, die doch so eindeutig für dich bestimmt ist? Raus mit der Sprache. Fünf aus der Marley-Crew mögen sich versammeln. So viel ist klar. Doch was sind das für Relikte? Welches Geheimnis ruht bei dir unter Deck? Ich würde lieber brennen, als dir zu helfen, den Schatz zu finden. Wie du willst, Schiff. Euer Flaggschiff ist bereit, Dero Eminens Inquisitorin. Gut. Möge der Ritus des Verhörs beginnen. Ich muss wissen, was das Schiff weiß. Sehr wohl, Dero Eminens. Macht es kund in den zeitlosen Gestaden. Wir müssen die Relikte finden und Mordecais Rätsel lösen. Sein Schatz wird uns gehören. Und wenn die Gestade dafür brennen müssen, dann ist auch das ein Teil des großen Ganzen. Noch da, Seelchen? Ja. Und mir scheint, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Red Marley. Du kennst meinen Namen. Verrätst du mir den deinen? Alles zu seiner Zeit. Zunächst mal müssen wir dich befreien. Komm zu mir. Über die riesigen Ketten kannst du an Bord. Dann werde ich dir mehr verraten. Ja, das Schiff kann mit mir sprechen. Das ist ganz normal, wenn man noch nicht den zweiten Kaffee intus hatte. Ja. Wie hat Ignacia dich in ihrer Gewalt bekommen? Sie hat mich überrumpelt. Irgend so ein seltsamer neuer Ritus von ihr. Sie hat Erfahrung darin, meine Kräfte zu umgehen. Doch lange gelingt ihr das nicht. Deine Macht der Erinnerung erklärt eine Menge. Kein Wunder, dass Mordecai und seine Crew zu Legenden wurden. Genau aus dem... Da bin ich mal gespannt, ob das Speichern mir nicht auf die Eier geht irgendwann. Nur jene, die ihr der Kapitän einst setzte. Meine Reichweite ist so groß wie eine Erde. Und ich kann keine Erinnerungen entfesseln, die älter als ein Tag sind. Ich erkläre dir das gern noch genauer, sobald ich weniger Schmerzen habe. Und hier ist es was. He-pam! Man kann übrigens auch auf den Boden hier so ein Auge setzen. Dann siehst du genau, wer dieses Feld gerade sieht. Kein Rückzieher, was? Von hier nach der... Was manchmal ganz praktisch ist. Dann kannst du auch sehen, ob andere diesen... diese Wache gerade sehen, wenn du kurz daneben das Auge setzt. Mir gefällt's schon jetzt. So ein kleiner Basic-Tipp. So, hier kann ich gerade nichts machen. Das kommt noch später in der Mission, weil die Missionen sich wieder mal sehr schön nacheinander aufbauen. Oder? Verfluchtes Schiff betreten, alles klar. Okay. So, alle Kills haben eine nicht-tötige Variante. Du kannst sie per Hut ein- oder ausschalten, indem du den kleinen Fall über den Skill-Symbol auswählst. Oder R-Modus benutzt, wenn der Charakter über den Skill verweilt. Dein nicht-tötiger Nahkampfangriff hat die eigene... hat ähm... hat das eigene Tastkürzel Y. Problem ist nur, wenn die nicht tot sind, können die halt wieder aufgeweckt werden. Mach die Wachen sogar auf in einer gewissen Zeit, wenn ich die nicht fessel. Hm, Pock. Da ist die Glocke als Erinnerung, dass ich speichern soll. Ich höre den Kustos nicht. K.O. in Lichtung. Ich bin nicht reißen. Bricht sich das Feuer... 1, 2, K.O. Lass dir bald wieder aufwachen, ja? Mir gefällt's schon jetzt. Hit an! Sieh an, sieh an! Was soll schon passieren? Bündchen gefesselt ins Meer schmeiße. Nix. Die Macht eines Kustos dient dazu, Risse geschlossen zu halten, die in die Tiefen führen. Wird er angegriffen, gerät ihm sein Ritus außer Kontrolle und die so freigesetzte Energie macht alle Wachen in Reichweite katatonisch. Allerdings lösen katatonische Wachen und tote Kustoden keinen Alarm aus. Siehe der Kustos. Immer nach vorne schauen. Durch die Flamme fokussiert. Lorenzio 47, Vers 8. Mein Leib, Kommissarius. Ein Anblick, der mich mit Demut erfüllt. Jetzt wird das was. Ist das ein Kustos? Ich glaube, das habe ich damals in der Beta gar nicht so richtig verstanden. Und habe ich dann gar nicht benutzt. Ich glaube, das Dong von der Speicherfunktion wurde ein bisschen leiser gemacht. Damit das nicht so nervig ist. Ich würde nur mal zeigen, wie das ist mit dem Nachladen. Und dann siehst du alle Save-Games. Auch das vor 29 Sekunden. So, wenn man die übrigens von oben tötet, ist das ein sehr schneller Kill. Kann man viel Zeit sparen. Immer nach vorne schauen. Von hier nach dort. Ich bin bald dort. Hilf an! Ignacia hat dich zum Wrack gemacht. Ich kann mich wieder erholen. Was zählt, ist die Crew. Wohin hat sie dir gebracht? Zwei sind noch an Bord. Fünf wurden an Land gebracht. Schon bald werden wir sie retten. Es gibt keine Entfernungen. Gehen wir woanders hin. Meine Seele ist entfestigt. So. Next one. Du 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 du. Das ist mein Fehler. Ich dachte nicht, dass der da runter guckt. Und ich habe nicht aufgepasst, weil ich nicht gespeichert habe. Das übliche Elend. Ja, weiß ich. Ich weiß, das Spiel will mir das einfach beibringen. Weil es einfach wichtig ist. Das Schlimme ist, ich habe mir gerade noch die Gedanken gemacht, du kommst eigentlich ganz gut durch im Vergleich zu sonst, wenn du im Mini-Me-Game immer anfängst, weil du da erstmal reinkommen musst wieder. Weil ich die Beta-Preview damals gespielt habe. Wobei, man muss sich dem immer sicher sein, es ist halt einfach ein Try and Error als Normalspieler. Außer du bist halt Mini-Me-Games-Extrem-Profi und machst nichts anderes in deinem Leben. Und dann machst du hier wundervolle Speedruns. Wo ich damals aber schon bei Despa-Halos gedacht habe. Ja, krasser Scheiß, ey, manchmal. Was darf für Zeiten gefordert werden, teilweise. Für so manche Abschnitte. Ist er zeitlich gerade noch so gepasst? Weil ich die Treppe wieder nicht gesehen habe. Ja, alle sind tot. Hast du gut gemacht. Gut gemacht. Kein Rückzieher, was? Nun bricht das Siegel. Schenk mir die Freiheit. Zuerst müssten wir über die Bedingungen reden. Wirklich? Jetzt sofort? Du bist auf der Jagd nach dem Schatz von Schwarzauge Mordecai. Ich will dabei sein. Der Schatz des Kapitäns. Was schert er dich? Was schert einen Piraten schon ein Schatz, was? Abenteuer. Gold. Die Chance, die Inquisition zu schlagen. Ich helfe dir, das Vermächtnis deines Kapitäns zu finden. Und ich will nur drei Anteile unserer Beute. Lachhaft. Einen halben Anteil. Zweieinhalb. Ein. Zwei Anteile. Schnell jetzt. Ich wette, da sind noch mehr Akkulöten im Anmarsch. Schön. Ich akzeptiere deine Bedingungen. Und nun bricht das Siegel und sag mir deinen Namen. Effia Manicato. Zu deinen Diensten. Nun bin ich wieder bei Kräften. Jetzt stechen wir in See. Festhalten. Du, 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 du. Schießt die erste Mission ab. Auch immer sehr schön. Unser Laufweg. Dann kannst du nicht genau sehen, wann du gespeichert hast. Ob du welche Skills du eingesetzt hast. Und wie lange du halt insgesamt in Spielzeit eigentlich gebraucht hast. Ohne die Saves. 16 Minuten Abschlusszeit. Wobei der Rekord sagt, wir hatten 32 Minuten gespielt. Wie viel Zeit wir verbracht haben mit einem Charakter. Du hast die Wahl unter vier Schwierigkeitsgraden. Oder du kannst auch einen eigenen definieren. Vor jeder Mission kannst du den Schwierigkeitsgraden anhand verschiedener Parameter anpassen. Ja, jetzt sind wir auf unserem Schiff, was mit uns sprechen kann. Wo es jetzt dazu führen wird, dass wir unsere Crew engagieren können. Beziehungsweise wiederbeleben. Weil die besteht auch aus Untoten. Die zur Zeit hier sind. Beziehungsweise teilweise auf unserem Schiff sind. Aber teilweise auch nicht. Das kommt dann später in Mission. Aber an der Stelle erstmal ein kleiner Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Shadow Gambit. Das schöne Spiel von Mimimi Games. Arrrr.